Mein Name ist Jan Stickfurt. Ich singe im Männerchor Feierabend Klein Remels. Wir sind ein vierstimmiger Männerchor und bin da auch im Vorstand. Dann bin ich im Vorstand der Kreisgruppe Lehrreiter Land vom Ostfrieschen Chorverband und ich war bis zum Frühjahr nach 13 Jahren Pressesprecher beim Ostfrieschen Chorverband und habe das aus zeitlichen Gründen abgegeben. Ich spende meine Zeit nicht nur für die Chorprobe, die anderthalb Stunden geht, jede Woche, aber ich mache auch Vorstandsarbeit. Es ist viel vorzubereiten, überhaupt wenn ein Sängerfest ist, dann müssen die Chöre angeschrieben werden, es muss ein Programm erstellt werden, es muss eine Sitzordnung im Saal gemacht werden, wo die Chöre sitzen und auch beim Ostfrieschen Chorverband, Versammlungen müssen vorbereitet werden, es muss ein Protokoll geschrieben werden, die Leute müssen eingeladen werden und das gehört alles zu meiner Aufgabe, wo ich meine Zeit für spende. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und ich mache das sehr gerne. Es ist zwar etwas zeitaufwendig, aber der Erfolg ist auch immer ganz gut, wenn ich diese Sitzungen ansehe, die ich vorbereitet habe und auch die anderen Sachen so. Das macht mir Spaß. Auch die Presseartikel, die ich noch mache. Das Singen, das befreit. Man sagt, wir haben ja auch den Slogan beim Oswischen Chorverband, singende Sauna für die Seele.